Ein Prankster-Comet ist erschienen. Dieser Prankster-Comet kann mich aber mal kreuzweise gerade so ein bisschen. Ich werde mir den nicht holen. Ich sehe gar nicht einen. Ich werde das mal weiter hier machen. Die Prankster-Cometen werde ich mir auch später holen. So, Bettys Chili Reception. Wer auch immer oder was auch immer das Bett hier ist. Ich denke jetzt noch die Lava-Ding, wo ich Bosa zerstört habe. Den sieht man jetzt auch nicht mehr, das ist schön. Omk, Rock Mario. Siehst du auch immer, ich jetzt Rock Mario bin. Ich würde mich nicht mehr anschauen. Ich würde mich nicht mehr anschauen. Ich würde mich nicht mehr an Lava-Ding. das ist natürlich schön ich weiß nicht wo der aber was ich jetzt machen soll weil ich habe keinen so ein bisschen so ein bisschen scheiße ist jetzt schon was soll ich ohne power up machen was zum hänker was soll ich machen leute ich weiß es nicht ich hab kein power up nichts leute ich weiß echt nicht was ich machen soll ich hab kein power up nichts ich kann nichts machen ach da hinten liegt es ich bin blind gibt's doch echt nicht jetzt muss ich für sternen sammeln oder was das röhre machten die röhre hier auch der affe wie cool ist das denn okay wir sollen also mehr als fünf punkte beim bomben machen beim ice skaten sonst aber vor den stacheln nachnehmen das sind dann wohl die gestachelten aua direkt unter mir vor allem kommt der nein so knapp eine sekunde schneller und ich hätte den zweiten gold noch bekommen ich hätte die 500 punkte gehabt und ich sag naja komm diesmal verlierst du und ich sag dann ah ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe 560 Geht doch Ich hab ihn geschlagen Yo, he's a shining rival Yay, jetzt kriegen wir den Stern von dem Chipmunk Der Chimp Der Affe, der uns schon in der Welche Galaxie war es? Irgendwas mit Irgendwas Mit irgendwas Er wills schon, was ich meine Egal Wenn wir es in Geheimstern haben, würde ich sagen Wird es auch Zeit, dass wir uns Eventuell Boah, wir haben genug Sternen Ja, wir können uns Oh, da kommt noch ein Prankster Komet In den Hightail Force Galaxies Das Game wurde gespeichert Ich würde sagen, holen wir uns jetzt Genug von dem Ja, komm Ja, komm Hauen wir uns die Es dauert ja so eine Zeit, bis wir alle erhoben Okay, so, wir haben 1019 Das reicht, um Den Den Luma da oben zu füttern Und den holen wir uns jetzt auch Ich will wissen, was Ich will wissen, was der Luma macht Ja, meine Hand ist heute ein bisschen wackelig Das Ziel ist scheiße Okay Transform So Eine neue Galaxie wurde geboren Ja, macht mir nichts Heißt trotzdem nicht, dass wir da direkt hängen gehen Wir gehen jetzt erst hier unten und holen uns dann noch den Stern Sollte ja eigentlich Schaffbar sein in der Zeit noch Die wir haben So, also Bettys Chili Rezeption Dann holen wir uns die doch mal, ne So Hey, guck da Geht doch Park Mario Das hat er war So So, dann holen wir uns Diesmal direkt am Anfang Diesmal wissen wir ja, wo er ist So Das war der dritte Ah, da wollte ich eigentlich nicht hin Aber auch gut Aua Aua Lass mich doch raus Da ist er So Dann gehen wir jetzt mal hier hoch Wenn ich Wenn ich so schwer wie ein Stein wäre Da ist noch einer Okay Einer fehlt uns noch Muss irgendwo hier hängen sein Ah, das Ding legt natürlich schön ab Da ist er doch So So, dann machen wir uns noch das Die Münze, damit unser Leben wieder voll ist Und Weiter geht's Oh Nebel Oh Das kann auch eine schöne Angelegenheit werden Mit dem Nebel Geht's hier lang? Ich hoffe Okay, wir scheinen richtig zu sein Das ist schon mal gut Ach, das Ding war so, Betty Cool Wenn mich nicht alles täuscht Ich würde darauf Betten Dass es die Nase sein Schwachpunkt ist Jetzt geht er ab Und er ist auch schon tot Das ging jetzt schnell Ohje Der war durchaus gut, du So Dann holen wir uns wieder einen Stern Wir haben einen Stern So, wenn ich jetzt richtig Nachtzeit habe Waren das gerade vier Stern in einem Video, oder? Äh, drei Ich meine, drei Stern in einem Video, oder? Das ist beachtlich Aber nur wenn ich richtig gezählt habe Und dann würde ich sagen Dann sehen wir uns auch Ah, da kommt schon wieder ein Pranks abkommen mit Wie süß Dann würde ich sagen Dann sehen wir uns beim Nachsten Mal Bis gleich Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Dann sehen wir uns beim nächsten Mal